Hallo zusammen und willkommen zu TimoBubble. Ich habe hier ein kleines Päckchen bekommen. Und das schnippeln wir mal kurz auf. So, das schnippeln wir hier mal kurz auf ein bisschen. Ups, andere Hand. Und... So, und was haben wir da drin? Das brauchen wir nicht. Schwarze Blu-ray-Hüllen. Alles voll davon. Krieg ich noch mehr unter. So, hm, hm, hm. Ja. Dürfte alles sein. Dürften undi ungefähr 50 Stück sein. Und ja, ich habe das damals beim lieben Andreas von Filmwelt TV, ich packe aus, gesehen. Ich gucke den ja schon. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt schon ist. Zehn Jahre bestimmt. Ja, macht er so lange überhaupt schon. Aber mal so grob zurückgerechnet können das bestimmt schon zehn Jahre sein. Der hat das damals vorgestellt. Hier, guckt euch das doch mal an. Das ist doch viel schöner in den schwarzen Hüllen. Ähm, und, äh, fand ich auch schon immer. Ja, die sieht nicht so toll aus. Ja. Und, äh, wollte ich auch schon immer machen. Und jetzt fange ich nach und nach damit an. Ja, ich, ähm, werde euch jetzt mal zwei, drei Filme, ähm, einfach mal ein paar Bilder, äh, reinmachen. Ähm, wie sich die... Ja, wie das, äh, wie das im Endeffekt dann doch aussieht. Ja, ähm, weil es die Cover verändern sich da doch sehr. Ja, und das lohnt sich meiner Meinung nach wirklich, ähm, sich da mal nach und nach, äh, die in schwarze Hüllen zu tun. Das sind schöner als die blauen, finde ich. Und was sagt ihr dazu? Ähm, macht ihr das auch? Oder, äh, sagt ihr, nee, nee, äh, so einen Quatsch brauche ich nicht, äh, rausgeworfenes Geld ich lasse in der blauen Hülle. Ähm, ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Als nächstes noch eine kleine News, was ich jetzt so gehört habe von Evil Dead, ja, und zwar, äh, heißt es nicht mehr Evil Dead Now, sondern Evil Dead Rises. Das ist Rises, ich glaube schon. Und es soll ja, äh, 2021 sollen die Dreharbeiten beginnen. Frühestens 2021. Und, ähm, ja, es soll nicht mehr in der Hütte spielen. Es soll nicht mehr im Wald spielen. Es soll was komplett anderes werden. Da bin ich mal gespannt, ja, und, äh, Bruce Campbell hat auch schon gesagt, äh, dass das jetzt nach und nach, äh, so eine Serie werden soll. Dass, äh, jeder Evil Dead Film für sich stehen soll und nicht irgendwie, äh, wo anknüpfen soll. Also, jeder soll für sich stehen in Zukunft. Mal sehen, was daraus wird. Aber ich freue mich da auf jeden Fall, ähm, drauf. Obwohl ich, äh, Ash halt gern wieder gesehen hätte oder Mia auch gern wieder gesehen hätte. Aber vielleicht, ähm, vielleicht kommen sie ja irgendwann doch noch einmal, ja. Man kann ja nie wissen heutzutage. Äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, ich habe mich mal ins Auto verdrückt. Äh, liebe Grüße an dich, äh, Sascha Copretti. Äh, du hast dich ja auch letztens in dein Auto verdrückt, weil du da Ruhe hast. Und, äh, ja, danke für den Tipp. Denn bei mir ist auch, äh, hier, Halligalli in der Wohnung kannst du nichts drehen. Draußen kannst du nichts drehen. Das ist doch super. Ja, ähm, äh, was wollte ich, was wollte ich, äh, ja, Maniac, äh, das Remake ist jetzt angekündigt, äh, Vorverkauf. Startet am 1. Juli um 16 Uhr bei Nameless. Und ich denke mal zwei Stunden später kann man es aber in den ganzen anderen Shops, denke ich, auch bestellen. Und, ja, VÖ ist dann der 10.7. Wuhu, freu ich mich drauf. Äh, mein kleiner Kurzfilm ist in Arbeit. Wir haben hier schon richtig, äh, Hand angelegt. Ähm, wird auf jeden Fall, äh, kommen. Ja, ähm, da sind noch ein Haufen anderer Veröffentlichungen bei, äh, Wicked Vision und sowas. Ähm, aber da habe ich jetzt gar keinen Plan. Genau. Ich weiß nur, da ist ein Haufen Highway zur Hölle oder sowas. Äh, ist da jetzt angekündigt, um Destroyer oder sowas. Ähm, ja. Werde ich aber erst einmal nichts vorbestellen. Ja, dann gehen wir, also heute ist tatsächlich Sonntag. Normalerweise, es ist auch schon spät, äh, habe hier keine Uhr. Ähm, deshalb kriegt ihr das Video auch ein bisschen später. Ähm, ja, ansonsten, erst einmal gehen wir jetzt mal schön die Kommentare durch. Äh, vielen Dank an alle, die das Format gerne schauen. Und ja, Daumen da lassen und alles und kommentieren. Also, vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Und als erstes hat mir geschrieben, Rallo369. Hey Timo, das mit der Kaufsucht wird mit Sicherheit fast jeder Filmsammler kennen. Bin ich mal der Meinung, ähm, nur so wie es bei mir im Moment ist. Geht mir manchmal genauso. So, man nimmt sich zwar immer vor, weniger zu kaufen, aber dann kommt dieses und jenes wieder raus und man übertreibt oft, weil man meint, man muss es haben. Ja, es gibt vieles, was man gar nicht haben muss. Ähm, das ist eigentlich zu 90% immer der Fall. Es gibt ein paar Filme, ach ja, den habe ich im Kino gesehen oder ach, gucke mal, ähm, den habe ich früher als Kind mal gesehen oder als Jugendlicher, ach und so. So ein bisschen so Nostalgie-Schiene fahren. So viel muss man dann haben, ja. Ähm, aber so der ganze Rest, äh, wenn ich jetzt sage, hier, oh, guck mal hier, 4 für 30, ja. Oh, Angebot, oh, welchen, so. Und dann guckst du durch und dann, ja, die musst du aber trotzdem nicht haben. Du musst das Angebot gar nicht wahrnehmen eigentlich, ja. Meiner Meinung nach, aber mach trotzdem. Nicht so einfach als Sammler, da manchmal den gesunden Mittelweg zu finden. Schönen Sonntag noch, liebe Grüße, Ramona. Ja, ja, da gibt's, also ich finde schon oft einen mehr oder weniger gesunden Mittelweg, ja. Aber wie schon gesagt, den Monat ist das total außer Kontrolle gelaufen. Aber es ist gestern. Gestern habe ich von der Post geholt, also Samstag, ja. Ist der letzte für diesen Monat eingetroffen, aber der Monat ist ja auch nicht mehr lang, ja. Und zwar Nightingale, ja, das Mediabook, ähm, äh, habe ich jetzt nicht hier, ähm, ein Rache-Thriller-Western, Western-Rache-Thriller oder sowas. Also das Cover fand ich richtig gut und, ähm, das war's aber dann auch. Ja, ja, auch wieder so Blindkaufer, aber mal gucken, ja. Ist von der Regisseurin von Babadook. Mal gucken. Ja, liebe Grüße an dich, Ramona. Und, ähm, immer so weiter. Immer weiter kommentieren. Freue ich mich, ja. Liebe Grüße. Ja, und als letztes haben wir hier AT Dr. Green Thumb. Hey Timo, immer wieder schön, wenn man was von dir sieht. Ich hoffe, deine Hand geht's besser. Freut mich, dass du mich gerne siehst. Ähm, das macht mich, äh, immer glücklich, sowas zu lesen. Und der Hand, äh, ging's jetzt eine Zeit lang besser. Äh, ich muss halt gestehen, ähm, ich war ja beim Arzt gewesen und der hat mir eine Liste von Orthopäden und alles, äh, gegeben. Und da hab ich auch angerufen, aber da ging irgendwie keiner dran. Und, ähm, dann war der Schmerz und alles war so gut wie weg. Und da hab ich mich nicht mehr drum gekümmert. Und seit gestern tut das wieder richtig weh. Ich muss mich da jetzt, ich hab mir das jetzt auch vorgenommen, ich muss mich da dran setzen. Ähm, geht nicht, ja. Es fängt jetzt komplett wieder an. Ähm, ja, ich muss da, muss da mal, ähm, nachschauen lassen noch einmal. Und ich, wenn es, wenn, wenn ich mal dort bin, dann nehm ich das auch mit ins Video auf, ja, damit ihr da ein bisschen auf dem Laufenden seid. Bin schon gespannt, was da im Monatsupdate auf uns zukommt. Grüß mir die Batman-Familie und die wilden Hühnchen. Äh, bin ich selber gespannt, ja, äh, was da im Monatsupdate mit auf euch zukommt. Äh, es wird ein bisschen mehr als sonst sein, aber, ja. Und die Batman-Familie hab ich schon lange nicht mehr gesehen, weil ich immer zu spät draußen bin. In letzter Zeit. Ähm, oder zu früh. Und die wilden Hühnchen, ja, die grüße ich, ja, schmeiß ich Salatblättchen für dich rein. Hab noch eine Frage. Gibt es etwas, das du endlich mal auf DVD oder Blu-ray haben möchtest, aber das es noch nicht gibt bis jetzt? Da hab ich mir so zwei, drei, äh, ein paar Minuten Gedanken gemacht, bin aber schnell auf einen Film gekommen und zwar, ähm, 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 No Night Stand oder im Englischen Troy and Wars mit Jennifer Lafewitt. Den haben wir, äh, in Jugend, ja, wie, frühe Jugend, ich weiß gar nicht, wann der rauskam, Mitte 90er oder, ich weiß es gar nicht, wann der rauskam. No Night Stand, ja, ähm, haben wir früher sehr, sehr oft gesehen und den gibt's nur auf VHS bisher. Äh, es geht darum, dass, ähm, ähm, ein, ein Jugendlicher, ja, ich kenn die Namen da jetzt gar nicht, hab den auch schon ewig nicht mehr gesehen, der möchte mit, ähm, einem Mädchen schlafen und, ähm, hat auch eine sehr gute, beste Freundin, äh, die eigentlich in ihn verknallt ist, aber sie hilft ihm, mit der anderen ins, äh, Bett zu kommen, dann ist es soweit und er hat das Kondom vergessen. Und so zieht er dann, ähm, den restlichen Film über durch die Stadt und versucht, ein Kondom zu finden, ähm, und da passieren halt immer wieder die kuriosesten Sachen, also es ist, äh, äh, Do you have anything? From the extreme edge of the dating wars. I have a date. Comes a comedy about sex. She's my best friend. Love. This is your big move? Take my breath. No. Oh, God. And the quest for a little protection. No free ride. I have a date. Trojan War. I have a date. War, er war wenigstens damals richtig, richtig lustig. Ähm, da würde ich mir auf jeden Fall freuen, dass der langsam mal rauskommt, ja, ähm, gar nicht im Mediabook, gar nicht im Mediabook, so viel brauche ich da gar nicht, aber eine normale Blu-Ray wäre toll. Wenn er auf DVD rauskommt, würde es mir sogar reichen, ja. Ja, dann, und noch eine Frage. Gibt es einen Film, wo du dir ein Remake oder eine Neuverfilmung wünschen würdest? Liebe Grüße und schöne Grüße aus Österreich. Österreich, ja, liebe Grüße nach Österreich und würde ich mir, äh, also, gibt es was, was ich mir wünschen würde? Und, ah, das ist immer so kompliziert, weil ich mag sowas eigentlich. ja, wer mag schon Remakes, wer mag schon Remakes oder Reboots oder sonst irgendwas? Ich sage immer, mach doch hinten weiter, ja, dreht doch nicht, äh, mach doch nicht 1, 2, 3 und dann, ähm, fangt wieder von vorne an, mach doch dann 4, 5, 6, mach doch da hinten weiter, aber, wie man ja schon mal gesehen hat, das ist auch nicht immer gut, zum Beispiel jetzt, der, Terminator Franchise tut das gar nicht so gut, ähm, ich finde, so bei dem Chucky Franchise hat das auch nicht so gut getan, okay, ja, und da kann man sich, äh, kann man nur drüber nachdenken, nochmal neu anzufangen, aber da geht es auch meistens in die Hose, aber auch nur meistens, es gibt ja so zum Beispiel, ähm, meine Lieblingsremake sozusagen, The Hills Have Eyes, ist ein mega Remake, ja, und, ähm, auch wenn es jetzt kein wirkliches Remake ist, ja, aber Evil Dead, ja, ähm, Evil Dead ist ja eigentlich kein Remake, es ist ja, ähm, es soll ja in derselben Dimension spielen, aber das ist ja auch scheißegal, ja, ähm, fand ich aber auch mega geil, so, und jetzt zu deiner Frage, ich werde mich hier jetzt, äh, ziemlich, ziemlich, ähm, unbeliebt machen vielleicht, ja, aber es gibt einen Film, den ich gerne mal in neu sehen würde, und, ähm, das Original ist ein Klassiker, das Original ist mega geil, und es ist auch heutzutage noch von den Effekten her, von allem drum und dran perfekt, meiner Meinung nach ein perfekter Film, wo man nicht meckern kann, wo man nicht dran rütteln kann, ja, aber ich würde ihn im neuen Gewand, im heutigen Gewand, würde ich den gerne mal sehen, ja, und zwar von Braindead, ja, genau, ja, also, äh, ich liebe Braindead, und, ich kann, ich könnte ihn immer wie, ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ähm, aber dadurch, es gibt ja auch keine ordentliche Blu-Ray-Auswertung, ja, und ich habe diese alte Red Edition, also das Bild ja auch, pff, ein Kraus, ja, ähm, aber es gibt ja noch keine offizielle VÖ auf Blu-Ray, ja, deshalb, ähm, aber ein perfekter Film, und da mal ein, heute, eine, eine Neuverfilmung, ein Remake, ja, im heutigen Gewand, boah, ja, und das aber so, also, jetzt mal, viele mögen das ja nicht, viele mögen ja das Evil Dead, äh, den neuen Evil Dead, ja, mögen die ja nicht, ja, gibt ja viele, aber ich liebe diesen Film, ja, und wenn ich mir da das mal ansehe, und das, in Braindead, ja, dieses ganze Düstere, aber auch den Witz, ja, und das ist das Schwere, denke ich, ja, äh, das viele Blut, ja, das, das ganze Blutrünstige da rüber zu bringen, im, im, Braindead Remake, ja, denke ich, ist, äh, ist machbar, ist richtig gut machbar, aber der Witz, ja, und das soll ja nicht dieser Blödelwitz sein, und, aber ich denke, wenn das zum Beispiel Peter Jackson persönlich angehen würde, würde da was rauskommen, würde da was richtig Gutes rauskommen, ja, was ich mir zum Beispiel auch wünschen würde, äh, Bad Taste, ja, aber da kein Remake, da im zweiten Teil eher, ja, Bad Taste 2, im heutigen Gewand, wäre bestimmt mega, ja, so, dann würde ich sagen, also, liebe Grüße nach Österreich, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder von mir, ich werde mich jetzt, wir haben jetzt schon irgendwie nach Mittag, äh, keine Ahnung, ja, Sonntag, also deshalb das Video kommt ein bisschen später, und ich werde mich jetzt, äh, reinbegeben, werde das Video für euch schneiden, und, ja, mal gucken, wann es hochgeladen wird, ja, dann heute Abend wird gegrillt, und was steht die Woche an, oh, die Woche muss ich das Monatsupdate drehen, äh, die Woche, die Woche ist, äh, richtig, derbe, ja, ich habe ein bisschen mehr frei die Woche, juhu, äh, das Monatsupdate wird gedreht, dann habt ihr ja gesehen, äh, Sonic ist rausgekommen, Sonic werden wir uns heute anschauen, und da werde ich ein Video drüber machen, zu Nightingale, den werde ich mir irgendwie anschauen, werde ein Video drüber machen, und, ja, dann den Kurzfilm, zu Maniac, ja, mh, den werden wir diese Woche auch noch zu Ende bringen, viel zu tun, viel zu tun, ja, aber freut euch drauf, was ich bis jetzt, äh, zusammengeschnippelt habe, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus, ähm, muss ich aber alles nochmal bearbeiten, ja, lange Rede, kurzer Sinn, machen wir Schluss, ja, und, ja, bis zur nächsten Woche, tschüss, macht's gut, euer Timo. Timo.